überlebt überlebt max runde weiß nicht 1 1 oder 2 ich glaube ich überlebe runde 1 oder 2 habt ihr trotzdem also tausendmal ungeselfdefort sein können ich glaube ich mache noch so ein grün braun gelb lila weiß grün blau gelb lila weiß lesk mit chef unterwegs grün blau gelb lila weiß grün blau gelb lila weiß alle sind gerade so ein bisschen alle sind gerade so ein bisschen zusammen zu mir mega leid vielleicht eben habe ich gegen dich gebotet und jetzt auch noch so ich kann sich eigentlich nicht wenden das problem ist es könnte natürlich ein abnehmen sein leider deswegen ist es schwierig jetzt irgendwas zu drehen kein freund von allem ehrlich gesagt grün blau gelb lila weiß grün blau gelb lila weiß von beim lights fixen gelb weiß grün lila blau grün blau gelb lila weiß unge grün glaube ich grün ach so orange braun dunkelgrün ist die leiche nein nein die leiche ist liegt vor lifeline also ich habe den ich habe die leiche nicht gesehen aber ich habe ihn dort noch gesehen warum wurde denn gerade aufgezählt wer in lights was spielt das für eine rolle wer in lights war ne ne es ging um ich habe jetzt aufgezählt links unten war ein müll da waren super viele wir waren o2 da unten genau gelb weiß grün ich weiß nicht mehr welches grün war da unten ich wusste nicht wo die leiche gestorben ist ich war in ich war am müll aber nur alleine als romantra bei o2 war können wir ganz kurz alle bei müll aufzählen weil die kommen für den kirchlichen frage waren bei müll als romantra gerade die gasknöster gemacht hat also vor blieber weiß gelb aus dem vergangenen nein nein ich bin jetzt am ende waren auch richtig viel ich hatte gerade auch gerade mal Müll gemacht und wie gesagt ich bin an lifeline vorbeigelaufen und da habe ich meine zwei tasks gemacht und bin dann durchgelaufen hallo leute im flask stand da noch nicht der ist dann bei mir durchgelaufen schauen wir mal also muss der kill maximal drei bis vier sekunden alt sein wo ich jetzt gerade bei euch stehe der kann doch nicht so alt sein der kill oder du hast ihn gekillt und bist rüber gelaufen genau ich bin wie gesagt an lifeline durchgelaufen und wes ist dann mir gecrossed bei admin hast du den lifeline geguckt? ja es liegt doch vor lifeline ja also es ist ja auch niemand anderes tot ich bin muted? das ist doch quack ich bin gar nicht muted ich hätte irgendwelche pärchen decken für die letzten fünf sekunden mia deck ich weiß und gelb kann ich decken braun auch ja lila blau weiß gelb lila weiß ja wir waren zu viert unterwegs ich habe erst eine selfie-konferenz wo macht das? also chef strobel also dunkelblau kam verspätet rüber und der rest ist los chef sagt romatras heffelt rüber die tut nichts eventuell ich kenne gleich mal tiersaufnahme hängt ich kann es gleich mal nach dem nächsten meeting kann ich gucken gleich versuchen zu fixen so swipe card boarding pass das ist ein ganz guter kill auf romatra oder? ich kann mich mal mitnehmen so da geht es jetzt rüber oh shit shit ich habe mich verdrückt ich habe mich verdrückt schlecht krank also krank hat mich schon längst gekillt das weiß ich Wo ist Crunchy? Nein! Nein! Reporter, please! Hä? Achso, ich habe noch ein paar Sekunden. Ich habe ja noch ein paar Sekunden. Oh Gott, Crunchy. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist gerade passiert. Ich habe Orange an den Lifelines gesehen. Habe ich auch. Wollte Leiche suchen, dann Licht aus, dann bin ich nochmal zu Licht gegangen, habe es aber nicht geschafft. Wait a minute. Also da muss es Crunchy sein. Hä, warum nicht? Ja, Crunchy war auch gerade vor mir. Weil Crunchy ist mit, ich weiß ganz kurz, ich sage nur ganz kurz, warum. Weil ich bin rechts unten an den Wasserrädern und Crunchy und Weevil waren vor Weapons und sind gerade zusammen reingelaufen. Ja, aber die Leiche ist nicht in Weapons, wir sind dann zusammen Richtung Gelb rüber gelaufen und wir wussten, da waren wir noch da drinnen. Und dann wurde gerade eben, also ist... Aber da muss ja die Leiche direkt vor dir umgefallen sein, du sagst das nicht. Ja, der Kill muss gerade passiert sein. Ja, ist auch gerade passiert. Achso, okay. Und wer war's? Ich wollte es doch sagen, das weiß ich ja nicht. Ich habe Gelb eben unten und Tu gesehen auf den Camps. Und ist nach rechts auf jeden Fall gesenkt. Ich würde trotzdem nicht... Gelb oder braun, ist meiner Ansicht. Ich bin's nicht. Ich könnte mich sassen, aber nicht voten. Nee, wir sind bei sieben, wir voten hier gar niemanden. Wir voten hier gar niemanden. Hallo? Ich will auch noch mal kurz über Romatra reden. Ich bin rechts mit meinem Wasserrad gerade. Und zwar war es eben so, Chef, du hast gesagt Romatra self-report. Eventuell, ich habe gesagt eventuell. Okay, okay. Und ich kenne es aber auch, ich kenne es, den Romatra nicht gemacht haben. Das kann auch Crunchy... Oh, Simon Swipes. Tausend Dank für den Prime. Wow. Vielen, vielen Dank. Ich bin rechts im Wasserrad gelaufen, weil er vor oben... Vielen, vielen Dank, dass du Amazon das Geld aus der Tasche ziehst und es zu mir wandern lässt. Jeff Bezos wird sich ärgern. Fuming. James Bezos fuming right now. Weil ein Punkt... Und ich happy. Und da Romatra tot ist, könnte ich mir vorstellen. Jeff Bezos, was erzähl ich denn, James? Ich bin völlig nervös. Nee, nee, ich steh alleine drin, weil wir haben das erste Mal gefixt, da waren die Türen auch zu und jetzt ist schon das zweite Mal Licht aus, da bin ich reingelaufen und ich war gerade kurz vorm Anklicken und zumindest... Ja, genau. Und Jeff Bezos ist der Chef von Amazon. Also ich bin gerade Kommunikation, ich bin gerade Kommunikation rein und habe die Tasks da gemacht, den Schalter umschalten, wo ich da war. Gleiche Frise haben wir, ja, genau. Und über den gleichen Hairstylist. Ist halt der Report-Button direkt aufgeploppt. Danke euch für die ganzen Follows, ich kann es natürlich nicht alles vorlesen, aber vielen Dank, ich schätze es sehr. Das ist ein 50-50-Tim-Crunchy. Nee, Tim ist es glaube ich, Tim ist es auch nicht. Lass einfach gucken, ob Tim oder Crunchy sterben. Einfach skippen, bitte. Danke. Das fehlt mir das hierher. Einfach skippen. Aber ich glaube nicht, dass es Tim... Warum ist es nicht gekillt? Ich habe noch nicht mitgekriegt, woher er lag und wollte mir das merken. Nein, keine Ahnein. Warum eh schon wieder? Was ich komisch finde, ist Crunchy, dass du ihn killst, dass du sehen hast, wie die Leiche umfällt, aber nicht weißt, wer es war. Ja, weil Lichtkegel, vielleicht bist du es. Ich weiß. Ich weiß, oh Gott. So, jetzt nicht inten. Das Eilig, was wir jetzt machen müssen, ist nicht inten. Ich kenne jetzt entweder braun oder gelb. Einfach sauber zu Ende spielen, muss jetzt das Ziel sein. Zwei Coms. Zwei Coms, zwei O2. Der ist nicht schlecht, der Kill. Da sehe ich mich auf jeden Fall. Clean. Unge, super clean. Super clean ist ein Power-Star Gameplay. Schön gespielt. Ultra clean. Ultra clean. Ich glaube, Unge oder Max sind in diesem Konzept nicht ein einziges Mal gefallen. Ich dachte mir, so Crunchy muss doch noch jemand sein. YouTube-Grund nennt man das Erbe auf jeden Fall sein. Habe ich direkt schon für nächste Woche ready quasi. Ich hatte gar keine Lust auf eine Impostor-Runde gerade. Ich habe so direkt gesagt, so, oh nee, Impostor gar nicht. Ich auch nicht. Hätte ich mit mir ja auch nicht, Unge. Verstehe ich hundertprozentig. Ich hätte mit mir auch keine Lust. Nee, aber dann habe ich gedacht, ach, mit Max wird es easy. Mit Max wird es geil. Ja, ich weiß, ich habe auch gar keine Lust. Ja, ich weiß.